Hast du einen schwachen Magen, willst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid Was gab es hier? Irgendwas? Ah ja, den Booster gab es Eigentlich wollte ich Will ich das? Ja, will ich So, hier gab es noch Granaten Die Hä? Wieso werden die nicht? Ah, egal Hallo? 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 Ah, geht doch So, ab nach unten Einer tot, zwei tot Drei tot Komm her, komm her, komm her Tot? Ne Jetzt aber So, ich glaube das waren alle, oder? Hm, ja Schaut so aus So, was haben wir hier gehabt? Nichts eigentlich, außer ein Medikit natürlich Okay Wir machen hier mal ein Quick Save Quick Saving Und Wir Killen mal den Arschloch So, da ist mal tot So, und wie machen wir es jetzt? Ich werde mich mal hier drunter stellen Und dann schauen wir mal Ob ich den hier killen kann Haben die mich jetzt gesehen? Okay Die sind mal tot Und die anderen kommen, glaube ich, da raus Das werden wir gleich sehen Wow Eww Okay, das war das Das war ja gar nicht so schwer Okay Mal weiter schauen Ähm, eventuell ein Quick Save machen So, was kommt hier? Medikit Oh, da oben Da oben, da oben Habt ihr mich schon gesehen? Ja Wow, Granate Granate, Granate So Und ich werde hier mal ein paar Headshots verteilen, denke ich Wo, 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 wo Tod? Ja So, mein Gewehr hat keine Munition mehr Das heißt, ich werde mich für die weiteren Entfernungen jetzt auf die Pistolen verlassen müssen Oh, nein, 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 nein Oh Ja, puh So, jetzt warten wir mal kurz, bis ich wieder was sehe Und wir werden mal die Waffe gegen die tauschen Oder gegen die Gegen die werden wir tauschen Die ist nett Was haben wir hier? Hm, ne So, ist da oben noch einer? Was war das? Wo, 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 wo Okay, okay, okay Ähm Wir haben ja ein Quicksafe gemacht Gott sei Dank Und jetzt wissen wir auch ungefähr, wo was geht hier Das heißt, wir Oh, wo, wo, wo Wo, 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 wo granate granate Okay Ich steig mal gleich um auf die Pistolen Wo ist er? Oh, ist das scheiße, wenn man nichts sieht Wo seid ihr alle? ok, dich hab ich mal gesehen oh, da oben ok, ok und einer ist noch mindestens ja, sag mir mal wo du hin sollst hey, das war cool oh da hätte sich einiges schneller regeln lassen können scheinbar so, das war glaube ich der letzte Medikit auf Z und wir nehmen wieder welche Waffe egal, nehmen wir die so, und hier kommt jetzt wieder pju heftiger Kerl nein, ich will nichts oh, ich hab kein Medikit mehr ach du Scheiße gar nicht gut, gar nicht gut hä? du Arsch okay wir versuchen den ganzen Scheiß nochmal alter so, und diesmal werde ich auf die Fässer schießen na, das war doch was wow okay, Medikit ich sollte schauen, dass mir für diesen fetten Typen noch ein Medikit übrig bleibt zumindest ist ist da noch einer? ne, ich glaube das waren wieder mal alle okay nein, das waren nicht alle oh du hinkst tot? ja okay so, wir nehmen ein Medikit dann haben wir noch eins übrig machen hier ein Quick Save okay und schauen uns die Scheiße mal an Headshots wirken ja scheinbar nicht bei dem okay der ist tot hier gibt es noch ein Medikit wo kommt der jetzt wieder her? ah okay ist hier jemand? ne puh bin ich froh dass das geschafft ist bei euch braucht also jemand ein Taxi habt ihr schon eine HRZ für mich? vor der aktuellen Position meines Frontmanns sehe ich einen mittelgroßen Ruf allerdings steht da gerade ein Kampfhubschrauber des Feindes ich halte sie auf dem Laufenden roger hm okay scheinbar werden wir abgeholt finde ich nett ähm so was gibt es hier? ah ja ja das können wir brauchen so dann geht es hier wohl weiter ich sollte vielleicht mal nachladen ähm und ich muss sagen dass jetzt schon seit längerem keine Horror-Elemente mehr zu sehen waren nicht dass die die bisher zu sehen waren irgendwie besonders toll gewesen wären ganz ehrlich aber trotzdem trotzdem war doch das irgendwie so das Gimmick des Spiels glaube ich okay wir haben ein Checkpoint erreicht und mal schauen was hier in die Ecke ist nichts oh da ist Paxton Vettel wow okay die Waffe schaut eigentlich ziemlich fett aus wenn sie so am Tisch liegt na die auch so und wo müssen wir hin ne hier war ich ja schon oder ich bin verwirrt ne ne hier 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 da muss ich raus geht aber nicht ach so ich muss durchs Fenster oder ah ja so und Paxton Vettel verpisst sich gerade leute 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 nicht viel hab ich noch ein medikit ja oh scheiße oh hey wo kommst du her medikit oh 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 da ist eine Kiste da kann ich in Deckung gehen ok wir benutzen noch medikit und ich hätte gern die Waffe ok das war mal der einer ist noch mindestens da noch einer oh ja da drüben oh der lebt noch ey komm her tot einer ist noch irgendwo mindestens nein nicht schon wieder so ja schkeigen kann ich euch da eine Granate rüberwerfen oh verdammt wieso ist dieses Spiel so schwer stell ich mich da wirklich so blöd an na wahrscheinlich gut nochmal also ich kann sagen dass ich kaum ein Spiel bei kaum einem Spiel stellen so oft wiederholt hab wie hier jetzt in diesem Teil gerade so okay das läuft 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 bisher um einiges besser als vorhin das ist doch schon mal was so und da hinten wartet noch der Special Guy der jetzt herkommt oder also wie soll ich denn den killen macht jetzt habe ich nicht mal ein ordentliches Gewehr sondern meine Pistolen kommt der jetzt her nein okay mal schauen ob das funktioniert ich habe da so leider meine Zweifel aber mal schauen mir bleibt momentan nichts anderes übrig weil ich nämlich fürchte dass mich der killen wird wenn ich mir oh yeah da Munition hole ähm so wir tauschen das gegen wer gegen das okay und ich werde jetzt abgeholt scheinbar hier bin ich nicht auf mir landen bitte okay damit hätten wir das geschafft waren ziemlich lang apart und langwierig und leider habe ich viel wiederholen müssen ähm ja mal schauen wie es beim nächsten weitergeht äh